Hallo und herzlich willkommen, ich grüße euch zu einem Wetter extra hier bei Kachelmann Wetter. Wir wollen einen ersten Blick Richtung Wochenende werfen, denn es wird ein sehr sonniges Wochenende werden für die allermeisten und von Westen erreicht uns auch deutlich wärmere Luft. Wir schauen uns das mal an, zunächst aber für den Freitag, der ja dann zumindest ab dem Nachmittag für die meisten schon zum Wochenende zählt. Da wird nämlich aus Nordwesten, wir sehen das Hoch, zeigt uns nochmal die kalte Schulter, vor allem den Norden und es wird eine schlappe Kaltfront dann am Rande des Hochs nach Deutschland hereinziehen. Wir sehen das ganz gut in dieser Karte hier mit dem signifikanten Wetter. Wir sehen hier grau hinterlegt die Wolken und diese grünen Signale auch etwas Regen, ein paar Schauer, die mit dieser schlappen Kaltfront nach Deutschland hereinziehen werden. Ihr könnt euch den Ablauf im Detail auch ansehen in diesen Karten, Vorhersagekarten, den Link stelle ich euch hier oben rein. Damit natürlich dann auch große Unterschiede bei den Temperaturen, den Norden erreicht kältere Luft, nach Süden, da hält sich noch wärmere Luft. Richtung Wochenende wird dieses Hochdruckgebiet dann über uns hinweg wandern und damit eben wird sich diese kalte Schulter des Hochs, wo der Wind eben eher aus nordwestlichen Richtungen kommt, weiter nach Osten zurückziehen. Und vor allem der Südwesten und der Westen dann auch zum Sonntag gelangt dann auf die warme Seite des Hochs, wo aus Süden bzw. Südwesten dann die wärmere Luft nach Deutschland auch strömen wird. Wir schauen uns das zusammengefasst an, wie sich das am Wochenende darstellen wird. Und da sehen wir eben, dass vor allem eben dann am Samstag sich noch Richtung Nordosten, Norden und Osten noch ein paar dickere Wolken halten können. Vielleicht gibt es Richtung Ostsee auch noch mal ein paar Schauer. Hier ist eben noch die kalte Schulter des Hochs aktiv, aber dann je weiter man nach Südwesten kommt, desto mehr Sonne setzt sich durch und hier wird es dann eben auch schon wärmer werden. Vor allem Richtung Oberrhein, Rhein-Main-Gebiet, am Rhein vielleicht auch schon so 24 Grad, die durchaus möglich sind. Eventuell, wenn alles passt, auch schon an Sommertag mit 25 Grad. Am Sonntag sehen wir das dann auch, da wird es insgesamt viel Sonnenschein geben, letzte Restwolken noch nach Norden und Osten hin. Ansonsten einfach strahlend blauer Himmel für die allermeisten und die Temperaturen ziehen an. Also die warme Seite des Hochs erreicht dann auch zunehmend den Norden und Osten. Und die höchsten Werte, die werden dann im Südwesten erwartet, durchaus 28 Grad sind hier Richtung Oberrhein, Rhein-Main-Gebiet drin, vielleicht auch Richtung Mosel. Auch so Richtung Nordrhein-Westfalen wird es wahrscheinlich für die 25 Grad Marke dann reichen. Also hier wird es richtig sommerlich noch mal werden, nicht ganz so hoch eben die Werte nach Norden und Osten hin. Wir schauen aber noch mal einen Trend bezüglich des Niederschlags. Und da habe ich mal eine Karte hier bis kommenden Donnerstag, also nicht bis morgen, sondern bis nächste Woche Donnerstag. Und da sehen wir, dass diese Westlage, die Tiefdruckautobahnen weit nördlich von Deutschland verlaufen wird, hier Richtung Skandinavien. Da kommen satte Regenfälle zusammen. Ansonsten sehen wir auch ein Unwettertief im Bereich des westlichen Mittelmeers. Hier drohen an der spanischen Mittelmeerküste teilweise heftige Unwetter durch mit Überschwemmungen in den nächsten Tagen. Ansonsten dazwischen eben überwiegend Hochdruckeinfluss mit diesen schlappen Tiefausläufern, wie wir zum Beispiel am Freitag hier haben, die nach Deutschland hereinziehen, aber nennenswerten Regen nicht bringen werden. Das wird von den Mengen einfach nicht viel sein. Also Hochdruckwetter mit abwechselnd der kalten und der warmen Schulter des Hochs wird sich wahrscheinlich auch in der nächsten Woche zunächst mal durchsetzen. Ihr könnt den Trend für euren Ort schauen. Hier oben folgt dem Link euren Ort eingeben. Da gibt es auch den 14-Tage-Trend, der wird mittags immer erneuert. Ich sage mal bis zum nächsten Video am Freitag. Da schauen wir genauer noch mal aufs Wochenende und den Trend. Bis dann und ciao.